Was bisher geschah in Far Cry Primal. Was bisher geschah. Ja und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja Far Cry Primal. Willkommen auf YouTube und natürlich auch auf Twitch. Ich grüße euch. Wir sind heute im Live Let's Play. Oh mein Gott ein Wunder. Und ähm. Wo war ich denn gewesen? Ach ja. Ulshöhle. Stimmt. Da wollten wir hin. Ich muss mal ein bisschen wieder reinkommen. Ich habe jetzt auch wieder. Oh nein nein. Werfen abbrechen. Wie war das denn hier nochmal mit dem Waffenrad? Ah hier. Kannst mal sehen. So lange habe ich jetzt schon nicht mehr gespielt. Die Aufnahme ist schon ein bisschen länger her. Aber wir sind ja am Start. Und lassen uns nicht bekehren. Denn jetzt geht's weiter. So. Wir müssen Ulshöhle finden. Ich lasse mich da sehr überraschen. Was uns dort erwartet. Ach guck mal da oben. Was? Huah. Ciao. Huah. Nein. Der hat mich nicht gesehen. Was? Huah. Survival. Alter was? Guck mal hier. Du Penner. La 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 la. War das noch eine gute Idee? Ich glaube nicht. Huah. Hier. Ich piekse das Auge aus. So. Ciao. Und dich haue ich jetzt erstmal aus dem Bild. So. Voll aus dem Bild gehauen. Alter. Huah. 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 Was ist das denn? Huah. Huah. Hört auf. Mit euren Fürzen zu schmeißen. Das ist ekelig. So. Guck mal hier. So. Einen auf dem Kopf gibt es jetzt. Du kriegst auch noch einen auf dem Schädel. Ja. Da komm raus. Alter. Wieder wegfliegen. Huah. Huah. Wo kommst du denn? Ja. Geh weg. Lass das. Lass das. Guck mal. Eure Hütte brennt. Huah. Aua. Hör auf. Habe ich gesagt. Huah. Oh. Ich bin gleich tot. Vielleicht soll ich mich mal etwas heilen. Das war keine gute Idee von mir. so da, äh, auf gut Glück einfach mal reinzurennen. So. Warte mal. Huah. Lass das. Lass das. Aua. Aua. So. Nochmal heilen. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen Action. Ich, äh, muss mich... Wo ist er denn? Ach, da oben. Hör auf damit. Wie, wie, wie übermotiviert er einfach war, ne? Total übermotiviert. So, war's das jetzt? Oh, ja, natürlich. Jetzt kommen nur die Schwergepanzerten, oder was? Warte mal eben. Nein, das wollte ich gar nicht. Huch. Ähm. Kann ich denn... Komm, Beanstock. Hier, komm. Guck mal hier. Hier, für euch. Und hier nochmal für euch. So, das war's. Kann man nochmal einen Beanstock herstellen? So. Ja, er hat mich natürlich gesehen. Natürlich. Wo ist er denn? Aua, was? Wo ist er? Ich seh ihn überhaupt nicht. Wo ist er denn? Ach, da. Und da ist noch irgendwo einer. Da hinten, da ist er. So, ich glaube, jetzt war's das. Meine Güte, was spannend. So. Also, dann wollen wir nochmal. Meine Güte. Wie aufregend. Wie aufregend. Oh, tralala. So, also. Finde und Zühle da. Wir geben uns dann mal hin. Ich hoffe... Was macht denn da? Stein. Oh, heiliger Stein. Heiliger Stein. Rette mich. Mhm. Komm mal eben mit. Muss mal eben was tun. So. Hü. So. Ja, ich glaube auch, dass der betet. So, hier. Guck mal. Da ist es schön warm am Feuer. Da brennt ja auch gleich die Birne. Dann ist alles supi. So. Na. Ich muss mal eben hier... Wahoo. So, jetzt aber. So. Wir müssen unbedingt mal zusehen, dass wir Späere kriegen. Weil Späere sind eigentlich sehr, sehr effektiv. Habe ich mal so festgestellt im Let's Play. Für die Leute, die es gucken. Achso, im Übrigen. Ähm. Ja. Ich kann es ja jetzt auch im Let's Play nochmal sagen. Und, ähm. Ja. Adams Venture wird es, wie gesagt, nicht mehr geben. Weil es kaum einer guckt. Und, äh. Da lohnt es sich das nicht mehr, auf YouTube das rauszuhauen. Ähm. Ich denke mal, dass ich vielleicht im Stream spielen werde. Einfach so. Ohne Aufnahme. Vielleicht aber auch, ähm. Vielleicht auch einfach privat weiter. Ich weiß es noch nicht. Oh. Kleinen Moment mal. Bitte. Warte mal. Ich muss mal eben kurz, äh. Niesen. Ähm. Kommt das jetzt? Oder, oder, oder nicht? Oder, äh. 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 Ja. So. Hei, 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 hei. Da bin ich wieder. Alter, hua. Oh, so ein Nieser, ey. Das ist schon. So, jetzt gehen wir das aber anders an. Jetzt müssen wir. Nein. Ich bin immer noch im Doom-Modus. Man merkt es irgendwie. Obwohl ich heute noch gar keinen Doom gespielt habe. Ist das der Einzige? So, den schnappen wir uns jetzt erst mal. Ah, warte mal. Den können wir eigentlich auch takedown, ne? Wenn wir scheinbar hier sind. Ciao, mein Freund. Schlaf gut. So, ich höre noch andere Kollegen. Kollegatabs. Okay, da sitzt jemand. Lieber ein bisschen, lieber ein bisschen umsehen. Suche eine Höhle nach Udl. Wenn der allein ist, takedownen wir den natürlich auch. Sicher ist sicher. In der Hoffnung, dass... Da geht es auch irgendwo lang. Können wir gleich mal gucken. Und es wird fleißig gegämmelt hier. Im Chat auf Twitch. Oh nein, wollte ich... Okay, okay, rutsch runter. Komm, rutsch runter. Alles gut. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aber wenn wir schon einmal hier sind, kann ich ja mal gucken. Na, hier ist nicht so spannend gerade. Na ja, gut. So. Soll ich vielleicht gleich mal den Ventilator ausmachen. Ich kriege so ein bisschen Nackenstarre. Das ist nicht gut. Sind wir jetzt hier wieder? Ach, wir sind wieder hier. Okay. So. Okay. Da steht wieder jemand. Man kann ja auch rechts und links hochgehen. Da sehe ich keinen. Wir schleichen uns einfach mal hier durch. Was war das? Schleichen wir uns einfach mal hier durch. Feuerstein, den Fred und den Thuntopf. Aha. Kann ich denn wieder Speere herstellen? Nein, wir brauchen noch Tierhaut. Okay, dann schauen wir mal. Das hört sich an, als wären das mehrere. Das sind auf jeden Fall Zivilisten. Okay, die werden eh nur wegrennen und Hilfe rufen. Ich versuche mal irgendwie. Komme ich hier? Gibt es hier eben einen Durchgang? Da oben geht es noch lang. Warte mal. Probieren wir das mal. Gibt es denn... Kommen wir da hinten rum? Geht das? Boah, das wäre so mega. Dann schleichen wir einfach wie Sam Fisher von Splinter Cell. Einfach mal hinten rum. Ah, hier geht es nach oben. So. So. Gucken wir mal. Was ist denn hier los in der Höhle? Da wird sich gerade... Da wird gerade diniert, glaube ich. Auf dem Grill. Äh. Okay. Da müssen wir hin. Komme ich hier... Komme ich hier rüber ungesehen? Ist hier sonst niemand? Ich habe so ein bisschen Angst, dass gleich hier wieder das totale Chaos ausbricht. Aber... Boah, guck mal, wie der da abhängt. Alter, was? Oh. Oh, guck mal hier. Für die Ladies. Mh. Oh, guck mal. Für die Ladies mal hier im Stream. Oh. Mh. Oh, was ist das denn? Oh, ii. Oh, ii. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen... Kein... Kein YouTube-Bun und keinen Twitch-Bun. Weil ich mal einen Sack gezeigt habe. Entschuldigung. Wir haben noch keine 22 Uhr. Ähm. Das war ein Glied. Ja, liebe Kinder. Es war ein Glied. Falls ihr wissen möchtet, was ein Glied ist, fragt eure... Euer Mama und euer Papa. Ja. Obwohl, Papa kann das wahrscheinlich erklären. So. Okay. Okay, 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 okay. Wir haben ein Checkpoint erreicht. Suche in der Höhle nach Ull. Ja. Ist immer noch dass... dasselbe Questziel. Zu viel Nacktheit, fuhr Teufel. Okay, das ist schon mal ein Gegner. Bleiben mal in... in geduckter Haltung. Ja, ja. Quassel du mal. Ich glaube, der hat mit jemandem geredet. Der müsste hier... Oh, da ist ein schwergepanzerter. Und da steht auch noch jemand. Ja, okay. Also sind wir nicht allein hier. Gut zu wissen. Uh, 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 uh. Gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Okay, ich versuche mal... Komme ich hier irgendwie lang? Ah, hier. Aber da komme ich nie im Leben hoch, oder? Doch. So. Na, für die Ladies muss ja auch mal was... Für die Ladies muss ja auch mal was gezeigt werden, ne? Sonst sieht man ja immer nur... Entschuldigung. Sonst sieht man ja immer nur Brüste und alles. Hat da irgendjemand was mitgekriegt? Ich glaube nicht, ne? Oder? Oder? Sind das nur noch die beiden? Ich bin mir nicht ganz... Ich bin mir nicht ganz... Ja, der ist ein bisschen in heller Aufreude da unten. Es hat auch so ein bisschen, muss ich sagen, seitdem ich das Spiel spiele, ist es so ein bisschen so Turok-Feeling. Wer das noch kennt, Turok vom N64, das hat ein klein wenig Turok-Feeling. Okay, die sind ein bisschen in Aufreude. Der andere auch. Ja, ein bisschen. Aber es könnte sein, dass es noch mehrere sind. Ich glaube nicht, dass es nur noch die beiden sind. Ich stehe hier sehr ungünstig. Ich möchte es nur mal anmerken. Weil er genau in unsere Richtung guckt. Deswegen werde ich mal vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Vielleicht doch mal hier lang gehen. So. Ach, guck mal an. Aha. Ne, das riskiere ich mal lieber nicht. Nachher haben wir hier... Rambazamba in der Bude. Da schläft doch... Hat er sich schlafen gelegt? Jetzt kann er sich schlafen legen. Ganz in Ruhe. Da unten ist noch jemand. Ich möchte noch mal eben unseren Pfeil wiederholen. Was? Voll dunkel? Irgendwie? Was? Ist es echt dunkel? Ist es echt zu dunkel für euch, oder was? So, bitte mal raus. Tüüüü. Ja, mach's gut. Uah, was? Mach's gut. Ich hoffe, der hat jetzt keine... Ich hoffe, der hat keine Hilfe gerufen. Scheiße, ich glaube, ja. Ich glaube, das bringt jetzt nicht mehr, den Körper wegzubewegen. Ich mach's trotzdem mal. Na, schmeiß den Körper weg. Ich versuche aber trotzdem noch ungesehen zu bleiben. Ich hoffe, es... Scheiße, da war einer. Fuck, 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 fuck. Okay, die sind ein bisschen... Ein bisschen sehr übermotiviert gerade. So, der ist... Hier ist noch jemand. Wo ist der? Hier muss noch irgendwo jemand sein. Den ich aber nicht sehe. Hier ist kein Wenya. So. Ach, guck mal an. Noch ein gepanzerter. Also doch nicht ganz... Uah, aber doch nicht ganz so wenige. Na gut, vielleicht können wir die ja irgendwie weglocken. Müssen wir mal schauen. Schauen wir mal, dass wir die vielleicht irgendwie einzeln irgendwie weglocken können. Erst mal ein bisschen antatschen hier, die Gegner. Na, ich fasse gerne Männer an. Oh nein, der kommt hier rum. Scheiße, fuck. Jetzt habe ich mir eine eigene Sackgasse gebaut. Oder auch nicht. Wie war der nochmal... Nein. Wie war der nochmal werfen hier? Geht der jetzt auch da hin, oder? Oder? So, dann ist der nämlich schon mal weg. Hat keiner bemerkt. Erst mal angrabbeln wieder. Einen Feuerstein kriegen wir da. So. Wo ist denn... Wo ist denn der andere? Ach, da unten sind doch die beiden. Aber ich glaube, das sind noch mehr. Ich glaube, das sind nicht nur die beiden. Es hört sich echt nach... Ah, guck mal an. Ich wusste es doch. Es hört sich nicht so an, als wären das nur die beiden. Ich hab's gewusst. Hier dödeln noch mehr rum. Wow, was? Wo, wo, wo? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Ich seh den... Ich seh den gar nicht. Ach, da oben, oder? Kann das sein? Boah, wie viele sind denn das hier? Alter! Uah! Da ist auch noch einer. Uah, was? Wo, wo? Uah! Boah, wie viele laufen denn hier noch rum? Hilfe! Oh Gott! Oh nein, ist nicht so dunkel. Okay. Wenn es zu dunkel ist, müsst ihr euren Fernseher heller stellen. So. Okay, die Schwergepanzerten können wir eh nur takedown. Dann müssen wir... Ich versuch, die mal hinzulocken. Ich hoffe, mir fällt keiner in den Rücken. Irgendeiner bemerkt? Hm. Oh, die sind noch in ihrem... Hier oben läuft auch einer, oder? Oder meine ich das nur? Ne, anscheinend... Anscheinend nicht. Aber da läuft ein Gepanzerter. Den können wir vielleicht ein bisschen... Wenn wir den weglocken... Können wir den takedown... Takedown? Ah, guck mal einer an. Der kommt jetzt da runter, ne? Oder? Komm, dreh dich um. Komm, dreh dich um. Dann geht's ganz schnell für dich. Du willst es doch auch. Komm, du willst es doch auch. Komm. Uah! So, warte. Na, das ist gar nicht mal so schlecht für uns. So. Dann ist der nämlich auch weg. So. Finde die Helligkeit so, wie sie sein sollte. In den Höhlen soll es eh dunkel sein. Genau. Und so ist es hier ja auch. So. Okay, da ist ein schwerer Gepanzerter. Da ist noch ein... Da ist auch noch jemand. Ah, guck an. Zwei, drei... Drei nochmal... Oh, okay. Okay, ich hoffe, wir können ihn irgendwie auch takedown. Komm, geh dahin. Geh dahin. Geh schön dahin. Geh schön dahin. Das mag aber daran liegen, weil ich geduckt bin, weil dann ist so ein bisschen so die Umrandung des Bildschirms auch ein bisschen verdunkelt. Weil wenn ich aufstehe, da ist es ein bisschen heller. Wenn ich so wieder runtergehe, ist es ein bisschen dunkler. Das ist ein... Das ist so vom Spiel aus her auch. Den können wir auch kriegen hier, wenn wir... Okay, der klettert da hoch. Aber wenn die alle hier zu uns kommen, ist er supi. Dann brauche ich eigentlich mich nicht viel bewegen. So, sehr schön. Das hat er nicht gehört. Okay. Es sind, glaube ich, noch drei oder vier. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich zähle jetzt noch drei. Ich lasse mich da überraschen. Die scheinen irgendwie oben zu sein. Solange die oben sind, ist mir das egal. Solange ich hier unten irgendwie lang schleichen kann. So. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Aha. Können wir uns irgendwas mitnehmen irgendwie? Oh. Na, natürlich. Tasche für diesen Geringenstand bereits voll. Ist klar. Wie immer. Oh. Ich hoffe, der war alleine. Nein, 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 nein. Scheiße, 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 Sche Sie haben es nicht entdeckt. Noch haben sie uns nicht entdeckt. Sie sind auf der Suche. Aber. Hallo. Aber was? Eier? Ah, genau. Geht mal da hin. Vielleicht ein bisschen ablenken. Dass wir vielleicht da hinten hochklettern können. Ah, Mist. Jetzt klettert der genau dahin, wo wir hinwollen. Oh, das gibt's doch nicht. Wie so ein Pirat. So, der ist schon mal down. Was ist mit ihm hier? Der hat das gar nicht realisiert. Das juckt den einfach mal gar nicht. Dass sein Kumpel... Ach, hier über uns ist noch jemand. Das juckt den gar nicht. Dass sein Kumpel einfach vor seinen Augen umgefallen ist. Ich glaube, wenn wir da hochklettern, kriegen wir Besuch von ihm hier. Müssen wir mal schauen. Dass wir vielleicht ungesehen da hochklettern können. Äh, okay. Hier geht's gar nicht weiter. Okay. Aber wir müssen, glaube ich, doch... Doch durch die Mitte lang. Da oben kommen wir nicht hoch. Wenn der da hinkommen würde, wäre gar nicht mal so verkehrt. Ich geh mal hier lang. Guck mal, wo wir hier rauskommen. Es sind, glaube ich, nur noch zwei, ne? Also den größten Teil, den haben wir, glaube ich, schon erledigt. Was ist das? Schon ein paar. Also ich höre schon wieder Dinge. So, da gucken wir mal. Jetzt sind wir schon wieder im Zentrum. Da ist auf jeden Fall ein Endtagen. Könnte natürlich sein, dass wir da hin müssen. Sieht so aus, dass wir auch hier hochklettern müssen. Aber ich möchte ungern, dass uns einer in den Rücken fällt. Vielleicht können wir ja den Gepanzer an irgendwie... Uah! Lalalala. Tralalala. Na, komm hin. Geh da mal schön gucken. Genau. Geh du da mal schön gucken. Genau. Jetzt gehst du da gucken und dann ist für dich auch schon vorbei. Siehst du? So, jetzt riechst du dich schön ans Feuer. Dann ist hier warm. Und deinen Kumpel erledige ich jetzt auch, wirst du sehen. Für den war es das jetzt auch gleich. Ganz schnell geht das für den. Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, das war es hier in der Höhle. Aber ich trau dem Braten noch nicht ganz. So. Haben wir denn wieder Tierfett bekommen für unsere... Ja, geil. Tierhaut, meine ich. Können wir wieder Spiere herstellen. Für die Gepanzerten sind die Spiere natürlich ideal. So, dann gucken wir mal. Wo wir jetzt hinkommen. Lalalala. Ich bin 부� komma. Hä段, 여래. Aber hinten auch... Ich bin... Aber da...